Yeah! Nächste World Cup-Medaille! Gutes Rennen gewesen. Ja? Eigentlich schon, ja. Da müssen wir zufrieden sein. Ich glaube, am Ende sind wir gut rangekommen, aber da haben die nicht mehr abfahren können. Aber das erste Mal war es ganz gut. Hat es deinen Gesichtszügen angesehen, dass du dir jetzt noch mal 100 Meter richtig was wolltest? Ja, das war am Ende auch die höhere Geschwindigkeit, aber da hat er nicht ganz gereicht. Ja, Mensch Jan, Zweiter World Cup, Zweiter Medaille. Was ist da los? Weiß ich auch nicht. Wenn man mit Basti einsteigt, dann muss das ja nur was Rieses werden. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Glückwunsch.